Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Spiel, unser erstes Heimspiel im Jahr 2017. Wir sind natürlich froh, dass wir die Weiße Weste zu Hause behalten haben. Handball Sportverein Hamburg gegen Oranienburger HC in Ergebnis 29 zu 21. Im direkten Vergleich seid ihr trotzdem noch vorne. Ich begrüße ganz herzlich Gästetrainer Christian Pahl, unser Trainer Jens Häuser und Forsti wird natürlich auch gleich noch zu uns stoßen. Auf Stichwort, er wartet noch ganz kurz. Ja Christian, es war ein sehr intensives Spiel, was wir heute gesehen haben. Sehr kämpferisch, mit vielen auch Zeitschlafen, gerade gegen euch. Wie ist so dein Fazit jetzt so kurz nach dem Ende? Ja, schönen guten Abend erst mal. Meine herzlichen Glückwunsch an Jens und seine Truppe für diesen mehr als verdienten Sieg. Vielen Dank an euch alle für diese Stimmung, das ist ein Highlight hier zu spielen in der dritten Liga. Volle Halle, 3000 Zuschauer und mehr wahrscheinlich. Von daher dafür vielen Dank und vorweg, vor dem Fazit, kann ich nur entschuldigen dafür, dass wir heute nicht in der Lage waren, auf Augenhöhe hier gegenzuhalten. Wir haben uns natürlich schon mehr vorgenommen, das muss man ganz klar sagen. Wir haben in den letzten Wochen herausragende Leistungen gebracht und haben auch viele, viele Punkte gesammelt und wussten auch schon, was uns hier erwartet. Aber ich bin selber noch ein Stück weit sprachlos, warum wir es nicht geschafft haben, dieses Tempo aufzunehmen und mitzunehmen, auch was uns Hamburg angeboten hat. Wir wussten, dass sie massiv über ihre zweite, dritte Welle kommt. Wir haben es angesprochen und trotzdem haben wir Vorausbauern gar nicht in den Griff bekommen, von Anfang an nicht. Wir haben es über die gesamten 60 Minuten nicht geschafft. Dann auch, selbst als wir es dann ein bisschen offensiver gemacht haben, zumindest in der zweiten, dritten Welle, haben sie dann andere Lösungen kreiert. In Positionsangriffe haben wir quasi gar keine Gegenwehr auf der Position irgendwie geleistet. Natürlich auch unglaublich hohe Wurfqualität heute gehabt. Ja, und von daher haben wir das Spiel an der Stelle nicht gewinnen können, weil wir zu viel einfache Gegend rollkassieren und einen Positionsangriff nach vorne haben. Wir haben viel zu wenig Bewegung. Wir haben keinen Druck, kein Tempo, zu viele Freiwürfe. Wir lassen uns permanent stellen, kriegen den Ball nicht weiter und wir haben es eben nicht geschafft, mal die zwei Leute zu binden und den Ball wegzubekommen. Ja, und dann kannst du so ein Spiel auch nicht gewinnen. Und deshalb sieht das ein bisschen aus wie Stückwerk. Und das müssen wir bis zur nächsten Woche wieder besser in den Griff bekommen. Also heute unglaublich verdiente Niederlage für uns, sehr verdienter Sieg für Hamburg. Und nochmal Glück für Jens. Herr Christian, für die offenen Worte. Und jetzt noch mal geht es ja gegen Frieden weg zu Hause. Also da ist auch ein sehr intensives Spiel wahrscheinlich zu erwarten. Jens, dein Fazit. Also das war ja nun September, ich habe es vor dem Spiel gesagt, die erste Saison in der Lage, da gab es so eine Abreibung zwölf Tore. Das hat wehgetan. Jetzt dürftest du ja zufrieden sein, oder? Hallo hier. Nein, ich bin natürlich sehr zufrieden, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das war heute die beste Saisonleistung, die ich von der Mannschaft gesehen habe. Mit dem Rückraum, mit den Möglichkeiten, die Oranienburg hat, nur 21 waren es. Treffer, Gegentreffer zuzulassen ist brutal. Wir sind nicht dafür bekannt, unbedingt eine sehr stabile Adresse zu haben. Aber heute haben wir sie gehabt und das war saumäßig wichtig. Im Angriff, wir haben das Spiel, was wir dort gemacht haben, wirklich sehr, sehr lange und sehr, sehr, sehr genau studiert und analysiert und haben gemacht und getan und haben irgendwann gemerkt, dass wir das Problem hatten, dass wir dort viel zu sehr über den Rückraum gekommen sind, ohne vorher genügend Bewegung in die Abwehr gebracht zu haben. Und das haben wir uns heute ganz klar anders vorgenommen. Also wir haben ja auch gesehen, dass das Oranienburg immer wieder die Offensive gesucht hat. Im Endeffekt, wenn man es mal so ein bisschen sagen darf, ich hoffe, ich trete dir nicht zu nah, Sie haben unfassbar clever eine 3-2-1 in einer 6-0 versteckt. Und da habe ich eben halt lange wirklich gebraucht, um dahinter zu kommen, dass es dann tatsächlich im Endeffekt eine 3-2-1-Deckung ist. Und als wir angefangen haben, darüber dann die Kreuzbewegung zu laufen, mit Einläufern zu arbeiten, mit Gegenbewegung zu arbeiten, dann hatten wir auch die Räume, die Forstie heute unfassbar gut genutzt hat, aber alle anderen auch. Auch Stulle hat heute ein Riesenspiel gemacht. Und letzten Endes, und das tue ich ja dann auch nicht so häufig, will ich auch tatsächlich Basti noch mal wirklich zu einem unfassbar starken Spiel begrüßen. Er hat heute kein einziges Tor gemacht, aber hat unfassbar gut die Mannschaft geführt und hat sie in Bewegung gehalten, hat unheimlich viel geackert. Und der Lohn sind zwei Punkte, die wir wirklich auch gut gebrauchen können. Danke. Ja, an dich, danke für die sehr offenen Worte. Ja, Forstie, dann komm mal mal zu uns bitte. Du fährst einen Applaus. Du hast ja schon fast von der Mittellinie geworfen. Ich glaube, ein Ding war so aus der... Ich habe es extra weggelassen und du sagst es. Ja, ich sag es immer nochmal, ja. Aber ich bin glücklich, dass ich das nicht getroffen habe. Ja, jetzt ist es froh, dass du dich getroffen hast, das hättest du noch von da hinten geworfen. Ja, was war denn heute los? Du hast ja richtig gebrannt. Ja, guten Abend erstmal. Vielen Dank nochmal für die tolle Unterstützung heute und auch letzte Woche in Magdeburg, auch wenn wir es da nicht mit dem Sieg zurückzahlen konnten. Also vielen Dank dafür nochmal. Ja, heute, ich weiß auch nicht, es hat einfach geklappt. Und nachdem es von Anfang an gut gelaufen ist und wir auch wirklich schön immer in Bewegung kamen und wirklich auch, wie Jens schon gesagt hat, viel Bewegung im Eingriffsspiel hatten, denke ich, das hat einfach ganz gut geklappt heute. Das hat ganz gut geklappt heute. Das ist bescheiden halt. Ja, irgendwie merkst du es ja offensichtlich als Spieler. Die ersten zwei gehen rein, das auch wirst du mal weiter, ne? Ja, es ist ja nicht immer ganz so einfach, ne? Manchmal lässt man dann vielleicht hinten raus ein bisschen nach. Es waren ja da hinten raus nochmal zwei, drei Sachen, die dabei nicht so gut waren, ja. Aber gerade der Wof von etwas weiter hinten, der war natürlich jetzt weniger glorreich. Ja, nichtsdestotrotz habe ich da versucht, einfach weiter drauf zu gehen, weiter irgendwie Lücken zu reißen, aggressiv zu sein, dass wir natürlich als Mannschaft weiter auch gut vorne im Eingriff spielen können. Danke dir. Wer gibt es von euch? Fragen? Meine Gästetrainer, unseren Trainer. Autogramme wollen sie haben, ja, da hast du recht. Christian, damit danke ich mich ganz herzlich, wünsche ich euch eine gute Rückfahrt, viel Erfolg für das Spiel gegen Fredenbeck. Danke auch für die sehr sympathischen Worte hier. Freut mich, dass euch die Akkursjöne hier gefällt. Und wir sehen uns am 4. und 3. wieder gegen Aurich. Jetzt kommen auch für uns zwei schwere Auswärtsspiele Fredenbeck. Es ist übernächste Auswärts und nächste Woche im Bergdorf. Also da werden auch nochmal zwei Nummern. Da sind wir natürlich froh, dass unsere Jungs hier viel selbst davon gepunktet haben. Danke dir, Horst.